Die Kinder Norwegens winken mit weißen Tüchern, um es einzufangen. In Sibirien glaubt man, den Lichtertanz ungeborener Seelen zu erkennen, die ihre baldige Geburt ankündigen. Andere Völker wiederum sahen in ihm die Suche der Dämonen nach den Seelen der Verstorbenen. Es ist das geheimnisvollste Naturereignis und wurde bereits vor 2500 Jahren gesehen. Das Nordlicht. Ein heller Schein im Dunkeln der Nacht. Wie viele Träume sind daraus gemacht. Denn ganz plötzlich sind sie da, Schleier tanzen fern und nack. Und die Fantasie beginnt zu leben. Siehst du das Nordlicht? Geheimnisvoll wie du. Fremdes Farbenspiel am Himmel wind uns magisch zu. Zu beschreiben ist es nicht, wenn Zeit und Raum sich hier vermischt. Erzählt es uns von Göttern und von Sagen. Göttern. 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 Göttern.